Im Restaurant Susan guckt auf Patricks Teller und fragt Was ist das? Hamburger National. Eine Spezialität von Hamburg. Möchtest du probieren? Nein, nicht jetzt, danke. Ich esse gerade eine große Portion Matthias. Susan ist 15 und kommt aus den USA. Sie isst erst in einer Woche in Deutschland. Sie nimmt an einem Schüleraustausch teil. Sie hat Glück gehabt. Patrick ist nett, seine Eltern sehr freundlich und die Stadt wunderbar. Außerdem isst Susan sehr gerne und Patricks Vater hat ein Restaurant. Es liegt in der Stadtmitte. Schmeckt es dir? fragt Patricks Vater. Alles schmeckt sehr gut, antwortet Susan. Dein Akzent ist jetzt sehr gut. Danke, Herr Weiß. Bitte sag nicht Herr zu mir. Ich bin nicht so alt. Du kannst mich Marius nennen. Ein Mann sitzt an einem Tisch in der Ecke. Er heißt Horst Schulze und er ist ein Kommissar. Er hat gehört, was Herr Weiß gesagt hat und lacht. So jung bist du doch nicht, Marius, du alter Sack. Auch Marius lacht und antwortet. Ich bin erst 30 Jahre älter als Patrick und Susan. Horst, möchtest du ein Stück Kuchen? Danke, Marius, aber ich kann nicht. Ich habe schon so viel gegessen. Horst hat eigentlich zu viel gegessen. Er weiß, er isst zu viel. Deshalb ist er ein bisschen fett. Ich soll weniger essen, sagt er oft. Aber er mag essen. Mario bringt ihm einen Espresso. Er trinkt ihn und denkt nach. Er denkt an einen Diamanten, den wunderbaren, den schönsten Diamanten der Welt. Marius setzt sich neben ihn. Bist du besorgt? Fragt er. Ja, ich behandle im Moment einen schwierigen Fall. Jemand hat den Diamanten, den wunderbaren, gestohlen, sagt der Kommissar. Der Besitzer ist auf die deutschen Polizisten böse. Er wird dem 10.000 Euro geben, der seinen Diamanten findet. Super, rufen Patrick und Susan gleichzeitig aus. Denkt bloß nicht, dass ihr den Diamanten finden könnt. Gut, sagt der Kommissar. Jemand hat ihn gestohlen. Und er ist jetzt wahrscheinlich in einem anderen Land. Vielleicht in einem anderen Kontinent. Aber wenn ihr zufällig etwas entdeckt, ruft mich bitte an. Ich gebe euch meine Telefonnummer. Patrick schreibt die Telefonnummer in sein Handy. Mit 10.000 Euro kann ich ein Pferd kaufen, sagt Susan. Ein Pferd? Magst du Pferde? fragt Patrick. Ja, sehr. Und du? Ich mag Pferde. Aber ich mag Marionetten lieber. Mit 5.000 Euro kann ich die Sammlung von Papa Schmidt kaufen. Papa Schmidt? Ja, er hat das erste Marionettentheater in München gegründet, erklärt Marius Vater. Sein Erbe, Papa Schmidt Junior, war für Patrick ein Freund. Patrick ist oft in sein Labor gegangen. Leider ist Papa Schmidt Junior vor sechs Monaten gestorben. Ein Amerikaner hat seine Sammlung und sein Labor gekauft. Die Marionetten sind im Museum für Hamburgische Geschichte. Für eine letzte Ausstellung, sagt Patrick. Morgen fliegt alles in die USA. Warum gehen wir nicht ins Museum? Schlägt er Susan vor. Es gibt um 19.30 Uhr ein Marionettenschauspiel. Willst du es sehen? Ich bin noch nie bei einem Marionettenschauspiel gewesen, antwortet Susan. Und Marius Vater unterbricht sie. Willst du heute Abend ins Museum gehen? Bist du verrückt? Heute Abend ist das letzte Spiel des Hamburger SV. Vati, antwortet Patrick. Du weißt, dass mich Fußball nicht interessiert. Du magst Marionetten lieber. Genau. Na gut. Im Museum Patrick und Susan sind im Museum für Hamburgische Geschichte. Sie sind nicht allein. Viele Leute sind ins Museum gekommen. Sie wollen zum letzten Mal die Sammlung von Papa Schmidt sehen. Die Marionetten sind in einem kleinen Theater im zweiten Stock. Auf Bildschirmen sind kurze Schauspiele zu sehen. Susan schaut sie sich an. Du magst Marionetten, ruft Patrick aus. Du sagst nicht mehr das. Schhh, lass mich hören bitte, unterbricht ihn Susan. Alle drei Minuten wird der Bildschirm schwarz und ein neues Schauspiel beginnt. Das ist echt super, sagt Susan. Komm mit, ich will dir etwas zeigen. In einer Ecke sitzt eine Marionette, ganz alleine. Das ist Otto, sagt Patrick. Die sieht aber schlecht aus. Ein bisschen Respekt, Susan. Das ist über 200 Jahre alt. 200 Jahre? Ja, das ist keine Kopie. Das ist ein Original. Papa Schmidt hat sie 1808 gemacht. Das war seine Lieblingsmarionette. Morgen fliegt sie aber in die USA. Leider. Patrick guckt auf die Uhr. Wir haben das Museum gesehen. Jetzt können wir ins Labor von Papa Schmidt gehen. Eine halbe Stunde später sind Patrick und Susan vor dem Gebäude, wo das Labor von Papa Schmidt ist. Patrick klopft an die Tür. Keiner kommt. Die Tür ist aber offen. Wir haben Glück. Die Tür ist offen, sagt Patrick. Aber? Kein Aber. Die Tür ist offen und wir gehen rein. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Bist du sicher? Fragt Susan. Ja, ganz sicher, antwortet Patrick. Die zwei treten ins Labor ein. Patrick macht das Licht an und Susan guckt sich um. Sie hat noch ein bisschen Angst. Überall sind Staub- und Spinnennetze. Ist hier jemand? Fragt Patrick. Keine Antwort. Setz dich hin, sagt Patrick. Ich komme gleich. Ist jemand da? Fragt Patrick. Keiner antwortet. Patrick geht hinter einen Vorhang. Was machst du da? Fragt Susan. Moment mal. Nach einer Minute kommt Patrick hinter dem Vorhang hervor. Er hat eine Marionette in der Hand. Er bewegt sie und sagt. Hallo Susan, hier bin ich. Er spricht mit einer lustigen Stimme. Der Stimme einer Marionette. Ha, das ist lustig, ruft Susan. Sie steht auf. Ich will das auch machen. Was meinst du? Gibt es keine andere Marionette? Ich weiß nicht. Warum suchst du sie nicht? Susan geht im Labor herum und findet etwas auf einem Tisch. Das ist aber keine Marionette, sondern Stücke einer Marionette. Füße, Hände, einen Finger. Was ist denn das? Fragt sie. Komm und sieh mal, Patrick. Patrick geht zum Tisch. Hier hat jemand gearbeitet, sagt Susan. Ja, und nicht vor langer Zeit. Es ist komisch, oder? Ja, sehr komisch. Patrick beobachtet, was auf dem Tisch liegt. Du hast recht. Jemand war hier und hat diese Instrumente verwendet oder gebraucht. Und schau hier, da ist der Kopf einer... In dem Moment kommen drei Männer ins Labor herein. Wer seid ihr? Fragt einer von ihnen. Der hat einen amerikanischen Akzent. Das muss der Mann sein, der die Sammlung von Papa Schmidt gekauft hat, denkt Patrick. Es tut mir leid. Ich bin Patrick. Patrick weiß. Papa Schmidt war ein Freund von mir und ich wollte meiner Freundin Susan die Sammlung zeigen. Ihr dürft hier nicht bleiben, sagt der Amerikaner. Ich bin John Mitchell und das ist mein Labor. Ich, ich, versucht Patrick zu sagen. Aber die anderen zwei Männer schieben Susan und Patrick nach draußen. Jetzt sind Susan und Patrick auf der Straße. Die zwei sind nicht sehr nett, sagt Susan. Nicht sehr nett? Sie sind schrecklich. Als sie weit weg vom Labor sind, nimmt Patrick etwas aus der Tasche. Ottos Kopf. Du bist verrückt, ruft Susan. Warum hast du den mitgenommen? Verstehst du nicht? Das ist Ottos Kopf. Und der vom Museum? Genau. Eine Marionette kann nicht zwei Köpfe haben. Ich will verstehen, welcher der richtige ist und warum sie zwei Köpfe hat. Patrick und Susan sind wieder im zweiten Stock vom Museum. Es sind noch viele Besucher im Saal. Es ist Viertel vor sechs und das Museum macht in einer Viertelstunde zu. Patrick beobachtet Otto. Was denkst du, fragt Susan. Ich weiß nicht. Ich muss die Marionette aus der Nähe sehen, antwortet Patrick. Das Museum macht in zehn Minuten zu. Gehen Sie bitte zum Ausgang, sagt der Wärter. Die letzten Besucher gehen aus dem Saal. Einige gehen zum Museumsgeschäft. Patrick und Susan gehen auch. Aber sie gehen nicht die Treppe hinunter. Sie gehen den Korridor entlang. Patrick macht eine Tür auf. Auf der Tür steht Privat. Das Zimmer ist so klein, dass sie stehen müssen. Was machen wir hier? fragt Susan. Wir verstecken uns. Dann gehen wir in den Saal zurück und gucken uns die Marionette an. Zurück? Und wann? Wenn sie alle weg sind, natürlich. Ab und zu macht Patrick die Tür auf und guckt auf den Korridor. Es ist halb acht. Patrick macht die Tür auf. Jetzt können wir gehen, sagt er. Alle sind weg. Ich höre Stimmen, sagt Susan. Bist du sicher, sie sind alle weg? Ja, die Stimmen kommen vom Hof. Erklärt Patrick. Im Hof ist ein Marionettenschauspiel. Können wir es sehen? Nein, Susan. Wir wollen die Marionette von nahen sehen. Gehen wir in den Saal zurück. Schade, sagt Susan. Wir können nächste Woche das Marionettenschauspiel sehen. Patrick nähert sich der Marionette. Er nimmt sie und betrachtet sie. Aber ein Alarm läutet. Nein, ruft der Junge aus. Was machen wir jetzt? fragt Susan erschrocken. Jetzt gehen wir aus dem Museum. Schnell! Susan und Patrick laufen zu den Treppen. Im Garten sind alle in Panik. Einige rufen Feuer, Feuer! Susan und Patrick sind jetzt in der Halle. Hier treffen sie den Museumsdirektor, den amerikanischen Sammler und seine zwei Kumpel. Was macht ihr hier? fragt der Direktor. Und warum habt ihr die Marionette genommen? Ihr schon wieder? ruft John Mitchell. Gebt mir sofort die Marionette! John Mitchell sagt etwas, aber die zwei hören ihn nicht. Sie laufen weg. Die zwei Kumpel von John Mitchell folgen Patrick und Susan. Sie kommen zu einer engen Gasse. Schnell! schreit Patrick. Hier in diese Gasse. Susan versteht nicht. Gasse? fragt sie. Was ist eine Gasse? Gasse! Ich erkläre dir später. Schnell! Schnell! Sie laufen und laufen. Patrick kennt sich in der Stadt sehr gut aus und schafft es, die Amerikaner hinter sich zu lassen. Jetzt sind sie in der Straße, in der Nähe vom Restaurant von Patricks Vater. Was machen wir jetzt? fragt Susan. Wir gehen in meine Wohnung. Sie gehen in die Wohnung. Sie ist leer, denn Patricks Eltern sind ins Stadion gegangen. Sagst du mir jetzt, was eine Gasse ist? fragt Susan nochmal. Gasse? Oh ja, natürlich. Es ist eine kleine, enge Straße. Die Kumpel von John Mitchell sind jetzt ins Museum zurückgegangen. Es tut uns leid. Wir haben die zwei nicht mehr gefunden. Sagen sie zu John Mitchell. Der Mann wird böse. Das ist ein großes Problem, ruft er aus. Das ist... Aber nein, nein, das ist kein Problem. Er lächelt. Warum ist es kein Problem mehr, John? fragt einer von den Männern. Denn ich kenne den Namen von dem Jungen. Er hat seinen Namen gesagt, als er im Labor war. Patrick weiß. Es wird nicht schwer sein, dich zu finden, sagt John Mitchell. Patrick weiß. Im Keller Susan und Patrick sind noch in Patricks Wohnung. Ich habe nicht so richtig verstanden, was passiert ist, sagt Susan. Es ist alles so schnell gegangen. Warum hast du Otto gestohlen? Ich habe ihn nicht gestohlen, erklärt Patrick. Ich gebe die Marionette zurück. Gehen wir nochmal ins Museum? fragt Susan. Nicht jetzt. Ich will mir erst die Marionette angucken. Patrick legt die Marionette auf den Schreibtisch in seinem Zimmer. Dann nimmt er ein Foto aus seinem Portemonnaie. Er zeigt es Susan. Siehst du es? fragt er. Das Kind hier. Das bin ich, als ich sechs Jahre alt war. Und dieser Herr neben mir ist Papa Schmidt. Er hat Otto in der Hand. Patrick nimmt eine Lupe und beobachtet die drei Marionetten. Die Marionette im Museum, die im Labor von Papa Schmidt und die vom Foto. Dann sagt er. Der Kopf im Museum ist eine Kopie. Der richtige Kopf der Marionette ist der Kopf im Labor. Woher weißt du es? Durch Details. Durch Details. Augen, Haare, die Nase. Das sind kleine Details. Aber ich kenne die Marionette gut. Ich weiß, wovon ich spreche. Susan nimmt die Lupe und beobachtet den Kopf. Ich sehe nichts, sagt sie. Du bist wirklich ein Spezialist. Danke. Glaubst du, es war John Mitchell? Ich bin mir sicher, dass er es war. Aber ich verstehe nicht, warum. Warum hat er Kopien der Marionette gemacht? Ich bin mir sicher, dass er an den Marionetten gar nicht interessiert ist. Ja, ich glaube, du hast recht. Susan hat die Marionette in der Hand. Darf ich mit der Marionette spielen? fragt sie. Ja, aber sei vorsichtig, sagt Patrick. Susan versucht die Hand in die Marionette zu stecken, aber sie schafft es nicht. Patrick lächelt. Warte mal, ich zeige es dir. Er versucht es, aber er schafft es auch nicht. Das ist aber komisch. Guck mal, der Kopf ist von einem Stück Pappe blockiert. Patrick schneidet die Pappe mit der Schere ab. Entfernt den Kopf und etwas fällt auf den Tisch. Es ist ein Diamant, ein großer Diamant, der Wunderbare. Der Wunderbare, ruft Patrick aus. Ich kann es nicht glauben. Patrick nimmt den Diamanten in die Hand. Er ist wirklich wunderbar. Ja, sagt Susan. Wunderbar, und wir haben ihn gefunden. Glaubst du, dass John Mitchell den Diamanten gestohlen hat? fragt Susan. Ja, ich bin mir sicher. Er hat den Diamanten gestohlen und hat die Marionette gekauft, um den Diamanten zu verstecken. Was willst du jetzt machen? meinen Freund, den Kommissar anrufen, sagt Patrick. Er nimmt sein Mobiltelefon und ruft den Kommissar an. Hallo? Ich bin Patrick, Herr Kommissar. Pat... was? Ich höre so schlecht. Patrick weiß. Oh ja, Patrick. Ich... sehr schlecht. Ich bin in einem Tunnel. Ich gehe... Museum. Ich... Hallo? Hallo? Ich höre nichts mehr, sagt Patrick. Er macht das Mobiltelefon aus. Oh nein, ruft Susan. Guck mal aus dem Fenster. Die Kumpel von John Mitchell sind hier. Hier wo? Hier, im Hof der Gebäude gegenüber. Glaubst du, sie sind uns gefolgt? Nein, sie sind uns nicht gefolgt. Da bin ich mir sicher. Wir müssen weg. Weg? Wohin? Wo sie uns sicherlich nicht suchen. Ins Labor von Papa Schmidt. Da können wir mehr Beweise finden. Ist das aber nicht gefährlich? Nein, Susan. Hab Vertrauen. Bis jetzt ist alles gut gegangen, oder? Mehr oder weniger. Und wir haben den Diamanten gefunden. Patrick steckt die Marionette und den Diamanten in die Tasche. Susan und Patrick gehen durch die Hintertür aus der Wohnung. Sie gehen durch die Gasse und kommen zur Straße. Die Komplizen von John Mitchell haben sie nicht gesehen. Um ins Labor von Papa Schmidt einzutreten, gehen Patrick und Susan durch einen Keller. Der Keller ist durch eine Falltür mit dem Labor verbunden. Die Falltür befindet sich unter dem Tisch. Susan hat ein bisschen Angst. Aber sie folgt ihrem Freund im dunklen Zimmer. Mach dir keine Sorgen, sagt Patrick. Wir bleiben nicht lange hier. Der Kommissar ruft mich sicher noch einmal an. Jetzt hören Susan und Patrick die Stimme von John Mitchell. Susan versucht zu verstehen, was er sagt, aber er spricht zu leise. Patrick schiebt ganz langsam die Falltür. Jetzt höre ich ihn, sagt Susan. Er telefoniert mit seinen Komplizen. Ihr müsst den Diamanten so früh wie möglich finden. Die Sammlung muss morgen früh in die USA fliegen, sagt John Mitchell. Und Susan wiederholt Patrick, was John Mitchell sagt. Ah, ruft Patrick aus und in diesem Moment knarrt die Falltür. John Mitchell spricht jetzt nicht mehr. Patrick hält die Luft an. John Mitchell legt einige Minuten später den Telefonhörer auf, steht auf und geht aus dem Labor heraus. Er ist endlich weggegangen. Ich konnte die Falltür nicht mehr halten, ruft Patrick aus. Und jetzt? Jetzt sind wir uns sicher, dass John Mitchell schuldig ist. Er ist ein falscher Sammler, aber ein wahrer Dieb. Rufst du noch einmal den Kommissar an? Ja, das ist eine gute Idee. Patrick nimmt das Mobiltelefon, aber es gibt keine Verbindung. Wir müssen hier raus, sagt der Junge. Gut, ich mag den Keller auch gar nicht. In diesem Moment hören die zwei die Stimme von John Mitchell. Guck mal, wen wir hier haben. Oh ja, ich habe die Falltür gehört. Ihr seid keine guten Spione. Susan und Patrick haben große Angst, aber sie können nicht weglaufen. Die Kumpel von John Mitchell halten sie fest. Ihr müsst keine Angst haben, sagt John Mitchell. Ich bin froh, euch zu sehen. Ich weiß, dass ihr etwas von mir habt. Im Labor Es ist 11 Uhr. Patrick und Susan sind seit über zwei Stunden im Labor. Sie werden von John Mitchell gefangen gehalten. John Mitchell hat jetzt den Diamanten und seine Komplizen packen die Marionetten ein, um sie in die USA zu schicken. Patricks und Susans Füße und Hände sind gefesselt. Sie können nichts machen. Nur sich angucken und Fragen stellen. Warum haben Sie die Marionetten gekauft? Fragt Patrick. Ich bin mir sicher, dass sie keine Sammler sind. Patrick weiß schon die Antwort auf diese Frage, aber er will sie vom Amerikaner selbst hören. Eigentlich habe ich Glück gehabt, sagt John Mitchell. Ich habe den Diamanten im Museum gesehen und gleichzeitig war die Sammlung von Pappelschmidt zu verkaufen. Ich habe gedacht, ich kann die Sammlung von Marionetten kaufen und den Diamanten im Kopf von einer Marionette verstecken. Wer wird die Kisten mit den Marionetten kontrollieren? Kein Mensch. Aber Otto war in einer Ausstellung. War das nicht riskant? Fragt Patrick noch. Ja, natürlich. Aber es war meine einzige Chance. Außerdem habe ich den Kopf von der Marionette kaputt gemacht, als ich den Diamanten drin versteckt habe. Deshalb haben Sie eine Kopie davon gemacht, sagt Patrick. Ja, und keiner hat es gesehen. Nur du. Und jetzt? Was wollen Sie machen? Fragt Susan. Sie ist ganz blass. Sie hat schreckliche Angst. Das ist eine gute Frage, sagt John Mitchell. Ich weiß nicht, aber es ist klar, dass ihr zu viel wisst. Ich kann euch nicht freilassen. Jemand klopft an die Tür. Die zwei Komplizen vom Amerikaner tragen Patrick und Susan ins Zimmer nebenan. Wer ist da? Fragt John Mitchell. Horst Schulz, der Kommissar. Entschuldigung, ich weiß, dass es sehr spät ist. Ich habe aber gesehen, dass Licht an war. John Mitchell macht die Tür auf. Guten Abend, Herr Kommissar. Entschuldigung, aber ich habe nicht viel Zeit. Wir bereiten die Kisten für morgen vor. Richtig, wir haben die Marionette gefunden. Ja, die Diebe haben Angst bekommen und haben sie auf der Straße gelassen. Wir haben Glück gehabt. Die Diebe. Der Direktor hat gesagt, sie waren ein Junge und ein Mädchen, nicht älter als 15. Ja, genau. Ein Junge und ein Mädchen. Wir haben sie in der Halle vom Museum gesehen. Ja, gut dann. Der Kommissar unterbricht sich. Er hat Geräusche gehört. Sie kommen aus dem Zimmer nebenan. Haben Sie das gehört? Fragt er. Nein, was? Fragt John Mitchell. Ich weiß nicht. Ich habe... Entschuldigung, Herr Kommissar. Sagt John Mitchell. Ich muss mich beeilen. Mein Flugzeug fliegt morgen in die USA und wir haben noch viel zu tun. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen und gute Reise. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Der Kommissar ist im Auto, als er sich erinnert, dass er etwas machen muss. Patrick anrufen. Er hat Patrick noch nicht zurückgerufen. Es ist spät, denkt er. Aber vielleicht ist es wichtig. Das Mobiltelefon von Patrick klingelt. John Mitchell nimmt es und guckt auf den Schirm. Es ist der Kommissar. Warum ruft er dich an? Fragt er Patrick. Ich weiß es nicht, antwortet der Junge. Horst ist ein Familienfreund. Vielleicht will er mich nur fragen, wie es mir geht. Antworte und sag ihm, dass du bei einem Freund schläfst. Sagt John Mitchell. Und pass auf, sag nichts Falsches. Patrick spricht am Telefon. Hallo? Sagt Patrick. Hallo, der Kommissar Horst Schulz hier. Ich weiß, es ist spät. Aber ich hatte vergessen, dich zurückzurufen. Was wolltest du mir sagen? Ich, ich bin bei meinem Freund, Fred Schmidt. Ich schlafe heute Abend hier. Ich war gestern im Stadion. Ich wollte über das Fußballspiel sprechen. Der Kommissar versteht nicht. Der Hamburger Sportverein hat dieses Mal nicht gewonnen. Sagt Patrick. Sie haben sehr schlecht gespielt. Sehr schlecht. Nur der Torhüter war gut. Aber leider bleibt der beste Spieler nicht. Er fährt morgen weg. Er fliegt morgen in ein anderes Land. Schade. Aber was? John Mitchell signalisiert Patrick, er soll aufhören zu sprechen. Na gut. Jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht. Am Flughafen. Das Telefon weckt den Kommissar. Ach, wer ruft um sechs Uhr morgens am Sonntag an? Fragt er sich. Horst, hier ist Marius. Entschuldigung. Ich weiß, dass es sehr früh ist. Macht nichts. Ich bin sehr besorgt. Patrick und seine amerikanische Freundin Susan sind gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Ah, mach dir keine Sorgen, Marius. Patrick hat mich gestern angerufen. Er war bei einem Freund, Fred Schmidt. Er hat mir auch gesagt, dass er im Stadion gewesen ist und... Aber nein, Horst. Das ist nicht möglich. Patrick mag Fußball nicht. Er war nicht im Stadion. Wir, meine Frau und ich, waren im Stadion. Und Fred Schmidt, er wohnt nicht mehr hier. Letztes Jahr ist er nach München umgezogen. Aber... Ich weiß, dass Patrick gestern ins Museum gegangen ist. Er wollte seiner Freundin Susan die Marionetten zeigen. Der Kommissar denkt daran, was John Mitchell über die Diebe im Museum gesagt hat. Ein Junge und ein Mädchen, 15 Jahre alt. Marius, weißt du, dass dein Sohn und seine amerikanische Freundin die Marionette im Museum gestohlen haben? Aber warum? Patrick hat die Marionetten so gern. Vielleicht deshalb hat er die Marionette gestohlen. Seine Lieblingsmarionette fliegt jetzt in die USA. Er hat sie gestohlen, um sie zu haben. Aber bitte, Horst, das ist nicht möglich. Du kennst Patrick. Er ist kein Dieb. Marius hat recht. Patrick ist kein Dieb. Und es ergibt keinen Sinn. Ein Dieb ruft die Polizei nicht an. Der Kommissar denkt daran, was Patrick ihm gesagt hat. Er hat über Fußball, das Flugzeug gesprochen, und plötzlich ruft er... Jetzt habe ich verstanden. Susan und Patrick haben den Diamanten gefunden. Und sie wollten es mir sagen. Ich glaube, sie sind in Gefahr. Aber wo sind sie? Ich weiß es nicht. Sie haben von einem Flugzeug gesprochen und... Ach, ich bin so dumm. John Mitchell. Natürlich, John Mitchell. Ich muss sofort zum Flughafen. Aber Horst! Mach dir keine Sorgen um Patrick, Marius. Dein Sohn und seine Freundin werden bald zu Hause sein. Der Kommissar ist 20 Minuten später auf dem Flughafen. Hier ist das private Flugzeug von John Mitchell dabei, abzufliegen. Am Bord feiert John Mitchell mit seinen Kumpeln. Plötzlich macht das Personal vom Flugzeug die Türen vom Flugzeug auf. Der Kommissar steigt mit vier Polizisten ins Flugzeug ein. Als er sie sieht, steht John Mitchell auf. Was passiert? schreit er. Die Komödie ist zu Ende, sagt der Kommissar. Wo sind Patrick und das amerikanische Mädchen? Was sagen Sie? Ich verstehe nicht. Und wo ist der Wunderbare? Noch im Kopf der Marionette? John Mitchell versteht jetzt, dass der Kommissar alles weiß. Er versteht, dass er nicht mehr lügen kann. Sie sind im Stauraum vom Flugzeug, sagt er. Wir haben Ihnen nichts angetan. Die Polizisten untersuchen das Flugzeug. Sie finden Susan und Patrick in einer Kiste. Sie schlafen unter dem Effekt von einem Schlafmittel. In einer anderen Kiste finden sie die Marionette und den Diamanten. Seine Untersuchung ist jetzt zu Ende. Am selben Abend feiern Susan, Patrick und der Kommissar das Ende dieser Geschichte. Sie sind im Restaurant von Marius. Jetzt seht ihr alle viel besser aus, sagt der Kommissar. Ja, das zeigt, dass der Fußball besser als die Marionetten ist, sagt Marius. Nicht besser, ruft Patrick. Aber vielleicht weniger gefährlich. Ihr wisst, ihr bekommt jetzt viel Geld, sagt der Kommissar. Wir kaufen natürlich die Marionetten von Papa Schmidt, sagen Susan und Patrick. Ja, das zeigt, dass der Kommissar ist, sagt der Kommissar.